Und herzlich willkommen zu Naruto Shibuden Ultimate Ninja Storm Solution mit Kakashi und ich höre nix. Ich muss mal die Kopfhörer aufsetzen. Oh, Ton ist ganz weg. Da ist dieser Naruto nicht so überpowered wie die anderen. Oh, der blufft nur. Blufft nur. Der blufft doch nur. Der blufft doch nur Naruto. Naruto blufft doch nur Naruto. Scheiße. Das ist der Ende. Nein. Ich hasse dich Naruto. Das ist der Ende. Das ist der Ende. Sooo Verdammt zur Hackel Geht doch! Ich sehe, dass ihre Harts sind... Asuma haben wir freigeschaltet Die Geile Sau da aus 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 Wind Die Geile 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 Ach, das war schon. Die nächste Ere ist nur auf der Körner. Und ich? Mal später, ich... Da ist er! Hm? Hey! Kigashi-sensei! Komm schon, Frau Tsunade hat eine neue Mission für uns. Wir gehen schon! Genau, ich bin auf. Aber... Ich hätte lieber einen Augenblick auf, nur ein bisschen länger. Ich werde zurück. Was warst du eigentlich, Kigashi-sensei? Hm? Wie soll ich es sagen? Nur wieder zurück, ich glaube. Nicht genau. Nur... Thinking über die Leben. Ich bin in meine Gedanken. Ja, ich verstehe. Haha, neue Missionen rocken, nicht? Bist du psychisch, Sakura? Bist du, ich bin! Ich versuche, du hast eine eine Trachtung. Ja, du kennst es! Und duier! ne So, jetzt haben wir die Geschichte von Kakashi abgeschlossen. Das wäre mir zu ein kurzer Part. Ich kann nicht mehr gehen. Das könnte für mich sein. Ich bin... bereits... Du bist wirklich mein Kuchen? Du bist der vierte... Hokage. Du bist so großartig, Naruto. Naruto? Mein Name? Aber wie? Wie? Ich bin derjenige dich. Du bist mein Sohn, nach allem. Dein Sohn? Dann bist du... Ja, das stimmt. Mein Vater... Mein... Mein Vater... Warum? Naruto? Warum? Warum? Warum hast du die Night Tales in dein eigenes Son? Warum? Wie kannst du mich durch das alles? Die Akatsky sind nach mir! Ich war mit ihnen... Und dann... Ich war so lonely... Ich war so... Ich war so... Ich war so... Ich war so... Entschuldigung... Ich war so... 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 Ach guckte dich. Die Akats拉. Ich war so... Ich war��는,이에hin von sowohl anderen Menschen selbst. Ich war so, um etwas... einem sehr wertvollen Moment... Achtung war Fortunately, Naruto. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich wollte meine zwei Arten, Kakashi Hatake und Obito Uchiha, um zu verstehen, was als Ninja wirklich bedeutet. Mehr als einmal, ich sie mit ihnen sprach, durch meine Füße. Okay, es ist Zeit, dass du mir deine Kraft gezeigt hast. Mann, warum muss ich dich gegen dich kämpfen? Versuch nicht, dass du mir in den Weg gehst, obitou? Kakashi, du Scherz, ich werde dich diese Worte machen. Gut, dann können wir mal mit Naruto gegen Kakashi und Obito Uchiha. Ob die damals schon wussten oder beziehungsweise ja schon die Teleportationsattacken konnten alle? Rasengan konnte er ja schon, hat er ja schon gemeicht, da hat er sogar Meister Raya von Raya gebaut. Das ist der Ubito-Ein, Baby. Du bist erledigt, Dekashi. Dekashi-Hattake. Aua! Hey, der ist abgesoffen. Dein Teamwork braucht Arbeit. Unless du das fixierst, du wirst nie... Ahem. S-Rung. Und 6000 Rio. Mann, was soll ich mir ein ganzes Geld machen, ne? Wenn jemand so leicht Geld verdienen würde wie hier, äh, wie der, dann wäre die ganze Welt so einfacher so. Ja. Ich wusste schon, dass diese beiden zusammenarbeiten würde ein Problem sein. Especially Kakashi, whose skills als Ninja waren bereits großartig. Er wusste nicht den Wert der Freundschaft. Wenn nur Kakashi wusste das, dann könnte er ein wirklich Powerful Ninja sein. Ich denke, es war meine eigenen Predecesor, die mir die wichtigsten für einen Ninja. Jiraiya-Sensei, insbesondere, hat mir so viel gelernt. Auch nachdem ich zu stehen, auf meine eigenen zwei Fälle, entfernt von meinem Lehrer. Hey Minato. Oh Minato giggle. Let the battle begin! Asenga! Asenga! Oh my God. 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 Ich fühle mich entschuldigt. Juraia-Sensei hat diesen Tag verloren. Vielleicht hat Juraia-Sensei das Tag verloren. Vielleicht hat Juraia-Sensei das Tag verloren. Ich habe mich über meine Gedanken gemacht. Insofern, er hat einen Bord von meinem Herz geöffnet. Natürlich hat die Position von Hokage viele Verantwortung gebracht. Aber ich hätte nie wissen, ob ich mich nicht zu tun konnte, wenn ich nicht versucht habe. Und ich war nicht alleine. Meine Lehrer, Freunde, meine Chargen, und natürlich meine Lieblings. Ich hatte so viele irreplaceable Leute. Dank an ihnen, wie Hokage, ich würde... Meine Verzichtung, um zu gehen, um die Hokage zu gehen, war geöffnet. Und dann, er muss erzichtigt meine Verzichtung. Denn die 3. Hokage hat mich für ein Spiel gemacht. Ich wusste mal, was das bedeutet. Lord Hokage... Why do you wish to fight me? Komme, jetzt! Someone of your prowess should already understand that! Well, dann. Show me what you can do. Okay. Komm! Du-duh-duh-ה-k-g Kurtz! H-l-luh-luh-luh-luh-luh-luh. Lulululululululum Wow Hokage, chill mal Ey dritter, chill mal Der Entschuldnis! Hab ich noch keinen ernsthaften Schaden zugefügt? Bucko! Was ist das? Fooooooosan! Mann! Äh, Assi Assi Hat nur 40% mehr Äh, 40% mehr Der lässt mir auch keine Ruhe Ich muss ihn nochmal treffen! Oh Gott! Oh Gott! Das ist das harte Battler! Das ist das harte Battler! Hast du ihn doch mal treffen mit der Sucke, Baby? Endlich! Ja Meine Tauschbalken sind oben Das kann nichts mehr schief gehen Und sogar meine Wachmode ist an Ja 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 Komm schon Ich weiß, das war ein Babu, aber Ich, 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 ich... Ich mag ihn auch, aber, 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 nein! 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 Nein, du, 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 du... Hokage, du, 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 du... Ich, ich, mich, ich... und, du, 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 du... Geil! victory was mine But victory was not, was necessary I already understood that Through his fists The 3rd ho-kage was testing my will My determination And of course The burdens I carried After the fight, the third Hokage smiled at me gently, before walking away. When I left that place, I left as the fourth Hokage. For me, my days as the Hokage were priceless. The smiles on people's faces made me truly happy. Their happiness was my happiness. But then, the Nine Tails appeared. This sudden attack threw the village into panic. We suffered terrible losses. I could sense that someone was manipulating the Nine Tails. And I spared no effort in discovering who. And then... Aha... There was in Ultimate Infinity 3. Really cool. Let the battle begin! Let's go! Start! Let's go! Let's go! Let's go! Maskierter Mann! Let's go! Rubito! Explasivo! Ahhh. irgendwelche Often We're out. Like that! You're out! You're out! You're out! Boah. Alter. Heftig. Okay. Warum ist mein Ninja-Balken so klein und so kein Geronawama? Scheiße Mann Der Part wird 10 Stunden dauern Wenn es so weiter geht Ach, die sind so klein, okay Die Tresst du auch nicht, ne? Alter, heftig Mach's doch nicht so heftig, deftig Mann, Ubito, du Drecksau Du kannst doch nicht so mit mir abgehen, ne? Ich glaub's ja nicht Alter, das ist ein anderes Ulti So, noch ein paar mal draufhauen, dann geht das schon Mein Tauschbalken wäre auch nicht besser, ne? Perf, Perf, this'll be a Get off, die Too slow, alright Over here Come here Komm schon Fuck you Oh Ich weiß, das war ein Jahr, aber Mama Let's go Let's go Let's go Let's go Ich hab das Rasengan schon durch seinen Rücken gesehen Alter Das ist doch schon runtergestellt, wie kann man das dann noch so übertrieben haben Oh 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 Woa, tut mir kurz? Geht doch. Der Rasengan hätte locker durchgehen können. Der Rasengan hat occupiert. Alter, schau mal. Das ist doch ne Scheiße Das ist doch Mann, wir haben den so viel abgezogen, komm jetzt. Oh, ich glaube es ja nicht, wir haben es geschafft. Yes! Mit Esrong, yes, komm mal schon. Ich habe den Maske gemacht, den Maske zu retten. Ich konnte, dass ich den Maske zu retten, aber zu der bitteren Ende, seine Hoffnung bleibt. Ich wusste, dass er noch die Zukunft der Welt bringen würde. Um die Nine-Tales zu stecken, um die Macht zu retten, um den Masken zu retten, nur eine Runde war für mich. Ich würde die Nine-Tales in meinen Sonnen, um ihn in ein Jinchuriki zu schützen. Mein Sohn hatte was es für die Zukunft zu retten, als ein Jinchuriki, und einen Tag für diesen Mann zu treffen. Ich weiß nicht, wie ich das wusste, aber für ein paar Grund, ich habe es. Aber das war die einzige Sache, die ich mit meinem Sohn verlassen konnte. Alle die Asperationen, die ich als der vierte Hokage hatte, Naruto, ich bequeef sie alle zu dir. Ich weiß, dass du das kannst. Nach allem, du bist mein Sohn. Ich glaube in dir. Madara Uchiha, was er gemacht hat mit meinem Vater? Wenn ich gesagt habe, dass ich keine Erinnerungen hatte, wäre es eine Lüge. Weil der Masch, unsere Kirche wurde zerstört. Und als Ergebnis, ich lasse dich alle allein. Aber, um dir die Wahrheit zu erzählen, die Zeit, ich war komplett glücklich. Warum? Weil ich versuchte, was mir wichtig war. Und was wäre das? Was denkst du? Du bist, Narada. Du bist mein Sohn. In diesem Weltraum, nichts mehr wertvolles für mich und deine Mutter. Du bist sehr speziell. Wenn du bist und gut bist, wirst du nicht vorstellen, wie viel Freude das bringt mit meiner Mutter und mir. Du bist. Jetzt hast du so viele Leute, auf dich. Und du bist mit einer Wille von Iron. Und für das, ich bin stolz. Du bist derший Wettbewerb, du bist am Ende. Du bist vor allem für uns, und du bist. Wie dein Vater ist, dass ich sie nicht durchführen kann. Aber Naruto, ich glaube in dir. Ich werde niemals verlieren. Ich werde nur weitergehen, egal was passiert. Ich werde niemals verlieren. Ich werde niemals zurückkommen. Das ist mein Ninja-Way. Nach allem, ich bin dein Vater, nicht wahr? Genau. Ich werde die resten mit dir. Dad! Ich denke, es ist Zeit. Meine Chakras sind weg. Was? Du bist schon weg? Du bist bereit? Schöne dich, son. Ich werde immer mit dir sein. Erinnerst du, was ich gesagt habe. Du hast die Wille von vielen in dir. Ja. Ich werde immer auf deinem Seite sein. Ich werde immer unterstützt dich. Ich werde immer zusammen. Ich werde immer mit dir. Wir sind immer verletzt. Ich werde immer mit dir sein. Ich werde immer mit dir sein. Läuft Läuft Nahrut Läuft 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 Naruto Läuft Du bist du als mein Kind. Und ich danke dir. Gut, das war auch die Minato-Kamikaze-Namikaze-Story. Die war ein bisschen traurig. So, jetzt haben wir noch Itachi und Gaara und zwei weitere. Gut, ich würde mal sagen, das war Paar Nummero Zehn von Narodun. Gut, ich würde mal sagen, das war Paar Nummero Zehn von Narodun. Bis zum nächsten Mal.